What? Nee. Nee. Du kannst damit Glück haben. Wir gucken mal, wie es läuft. Guten Tag, da ist der Guzoa wieder. Er hat wieder übelst Langeweile. Nein, natürlich nicht. Wir beschäftigen uns mit einem Raid von Du. Nicht von Dich, sondern Du. So, alles, ich würde mal wirklich sagen, fast alles in den Lagern. Und, ja, muss man halt reinkommen. Also für Bartsch natürlich total ungeeignet. Ich erlebe mich immer wieder bei exakt der gleichen Sache. Also auch, dann sage ich mir, ich meine zumal, hier lief es jetzt nochmal perfekt, ganz ehrlich. Hier lief es perfekt mit den Mauerbrechern. Boah, geiler Rage. Schade, dass die Packers jetzt schon so schnell durch sind, aber geil gesetzt auf jeden Fall. Du. Du hast es drauf. Läuft einfach mega gut. Jetzt, wie gesagt, andere werden wieder, nee, 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 das ist doch normal, das ist doch normal. Nein, das ist echt gut. Wie gesagt, so wie ich halt eben auch gelobt werden will, darf man auch gerne mal einen Lob austeilen. Das mache ich hier mit. Du hast es richtig geil gemacht. Super durchgezogen. Coole Go-Vibe gemacht. Und, ich meine, wenn man überlegt, 1-7 am Dunklen, passt auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, hat er 3 Golems bei gehabt oder 2, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass er ordentlich Packers rausgehauen hat, aber 2 Golems, dann ist das doch in Ordnung. Da hast du sogar noch was im dunklen Bereich dazubekommen. Was will man mehr? Ich gucke mal ganz genau hin. Jetzt kommt der erste Hit. Du hättest die auch direkt an der, ist nicht viel, aber wenn du siehst, die gehen, also es ist eh ein Verteidigungsgebäude in der Nähe, gehen die Riesen ja logischerweise erst direkt dorthin und gehen nicht erst gegen die Wand. So, das Problem haben wir ja jetzt. Jetzt die nächste Sache, die, du wirst hier das noch geschafft haben, dass die halt nicht vom Minenwerfer gekillt werden, aber du hättest genauso noch ein bisschen länger warten können, bis die Riesen dann danach wieder rangehen und dann die Mauerbrecher droppen. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, genau, dafür waren sie nämlich noch echt zu schnell, um halt wirklich gekillt zu werden vom Minenwerfer. So. Hier, das ist auf jeden Fall das Ziel. Das hier richtig schön, richtig brechend voll. Und schön den Heal gedroppt auf jeden Fall. Ja, schön den Heal gedroppt hier, die Riesen hatten auch gut zu tun, die wurden von zwei Seiten eben getackelt hier, einwandfrei. Ja, die Kobis hätte ich nicht unbedingt gleich gedroppt, weil da ist halt hier noch zu viel los, oder? Sehe ich das falsch. Die sind hier noch zu Gange, aber ob die dann überhaupt zu dem Magiatum gegangen wären, ist die nächste Sache, ganz klar. So, bis jetzt wird es halt ein bisschen schwierig, ganz genau. Jetzt haben wir halt draußen noch, aber innen drin, hier ist ja so die Masse, was wirklich noch richtig, richtig was bringt. Und das sehe ich nicht mehr. Ist in Ordnung, ist ein guter Loot, aber du hättest, wie gesagt, noch was mehr holen können. Aber wie gesagt, ich will nicht meckern, ist einfach ein Verbesserungsansatz. Ich bin hier echt am überlegen, ich bin hier echt am überlegen, ob ich den mache. Ich meine, der hat die Luftabwehr noch 5, aber er hat immerhin 200k Gold. Das ist das, was mich halt wirklich glücklich macht, oder glücklich machen würde. Und ich greife den an. Gucken wir mal, was wir hier haben, dass wir hier relativ schnell reinkommen. Na, du kommst. Fliegt da rein. Das ist ja eine totale Nullnummer hier. Ja, genau, das wollen wir sehen. Und hier wollen wir natürlich auch die Drachen halt schnell ins Spiel bringen. Aber die haben sich ja echt nicht wirklich im Rage ausgetobt. Das ist ja echt so ein bisschen mau hier. So. Genau. Und jetzt wollen wir natürlich nochmal weiterhin Rage haben, dass die Drachen hier mal ein bisschen was klären können. Na, du komm. Genau. So, super. Luftabwehr hier auch gekillt. Dann haben wir Luftschaden mäßig nicht mehr so viel zu befürchten. Klar, wurde jetzt wieder ordentlich Alex investiert. Auf jeden Fall. Aber wir haben hier nichts mehr zu befürchten. Die drei Drachen oben kriegen den Magierturm locker down. Easy peasy. Bogieturm ist down. Passt. Und wie gesagt, es waren halt einfach 200k Gold. Die wollte ich halt mitnehmen. Jetzt bin ich bei etwas über einer Million in dem Boost. Und ich war nicht komplett aktiv. Also, ich war kurzzeitig nochmal in der Küche. Habe mich noch mit meiner Mitbewohnerin unterhalten. Und von daher hätte da noch mehr gehen können. Klar. Aber ist das in Ordnung gewesen? Also, das war okay. Also, der Boost hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Alleine, weil ich halt eben wirklich da sitze, weil ich dachte, naja, ich würde gerne die fünfte Bauhütte halt haben. Klar. Aber, ja, irgendwie sieht es halt eben auch doof aus, wenn man halt irgendwie einen Angriff machen kann in einem Video. Und das will ich euch auch nicht zumuten. Also, ich meine, ihr sollt ein bisschen entertaint werden. Und dann haut man halt einfach einen Boost raus. Klare Geschichte. Bloß wie gesagt, hier wäre es halt echt geil, wenn ich hier in dem Bereich halt wirklich noch eine fünfte Bauhütte hätte. Wäre echt nice. Ja, klar. Tipps kriegst du von mir. Tipps. Tipps kriegst du. Äh, klar. Heiler auf vier ist der erste Tipp. Der bringt es richtig. Und ansonsten gucken wir mal, was du reißen kannst. Mein Tipp. Also, jetzt nur mal so jetzt im Voraus. Im Voraus halt wirklich gucken. Definitiv nicht in dem Bereich angreifen, weil du dir halt das ersparen kannst, wirklich mit dem Luftfeger. Ganz klare Geschichte. Hier sehen wir, der wird gerade abgegradet. Also haben wir hier freie Bahn. Also, hätten wir. So. Ansonsten gucke ich halt, von hier nach da, wird nichts. Bei so einer Base gucke ich, dass ich in so Sachen hier reinkomme. Also hier oder hier, dass ich das hier, weil hier komme ich locker easy durch die Mauer durch und dann halt noch in dem Bereich, das kriegt man auch gemanagt. Jetzt bin ich echt gespannt, was du uns hier auftischst. Weil wir haben halt nur eine 6er Queen. Die Queen nicht vorher clearen. Das ist nicht nötig. Beziehungsweise wirklich unnötig einfach. Mach das wirklich so, wenn du hier reingehen willst. Drop die Queen hier unten und dann guck, wo sie hingehen möchte. Dann hast du nämlich locker die Hälfte der Einheiten, die du nur brauchst, weil du halt sagen kannst, gut, okay, wenn sie halt eben schon in dir... What? Nee. Nee. Du kannst damit Glück haben. Wir gucken mal, wie es läuft. Das war auch... Das war jetzt nichts Weltbesonderes, dass die Mauerbrecher zuerst dahin, beziehungsweise... Das wäre mir auch passiert. Muss ich jetzt sagen. Aber jetzt kann ich nicht sagen, oh, hier, guck mal, die hast du so blöd gedroppt. Deswegen sind sie hier und dann da und da und nicht dahin. Das ist Quark, das ist vollkommen klar, weil wenn ich die jetzt hier droppen würde und die hier hingehen, dann gehen die als nächstes auf jeden Fall auf die Seiten. Das ist nicht zu ändern, aber spammen die bitte nicht so krass. Vorsichtig und mach es wirklich so, nutz die Queen als Schild. Die hält einiges aus und du hast immerhin einen neuen Heiler hinter dir. Schick die Queen ran. Dann, wenn die Dev-Gebäude mit der Queen beschäftigt sind, dann, so wie bei Riesen, ich habe Riesen als Dev, dann müssen die Mauerbrecher kommen. Nicht im Voraus. Das bringt uns nichts. So, jetzt sehen wir hier, werden halt gut geheilt. Klar, du hast gute Vorarbeit geleistet. Die rennt definitiv nicht außen rum. Das ist klar. Aber jetzt in dem Bereich hätte ich halt gesehen, gut, okay, sie will halt im rechten Bereich bleiben. Ich hätte rechts halt gecleart. Links hättest du dir schenken können. Hättest du da nämlich noch was gehabt. Und jetzt guckt aber mal. Ihr seht es jetzt. Wir haben jetzt dreimal Einzelschaden und das war's. Mehr passiert jetzt nicht. Nicht mal. Haha, nicht mal. Nur zweimal. Und guckt mal, wie die Queen kassiert. Jetzt geht's. So, jetzt kommen zweimal Bogentürme. Geht alles. Alles gut. Aber dann war sie kurzzeitig, glaube ich, am Anfang mal im Dreierbereich. Weil da ging sie schon ganz schön, wie gesagt, Fläche, gar keine Angst, gar keine Angst. Kein Thema. So. Jetzt würdest du gleich reingehen, weil das nächste Gebäude halt dort ist. Jetzt könntest du Glück haben, dass sie reingeht. Sie könnte aber auch auf den Magiatum gehen. Ich würde fast sagen, sie geht auf den Magiatum. So. Und das ist eine Sache, die möchtest du eigentlich schon nicht mehr. Das ist schon, ich sag's jetzt mal, Fail. Das ist Fail. Weil hier möchtest du sie nicht haben, weil jetzt geht sie auf das Goldlager. Willst du auch nicht. So. Jetzt hast du Glück gehabt. Wirklich, ohne Witz, du hast Glück gehabt, dass sie reingegangen ist. Sie hätte nämlich auch noch seitlich lang gehen können und dann wäre sie wieder nach draußen marschiert. Also, vorsichtig mit sowas. Jetzt hast du, wie gesagt, Glück. Kein Thema. Jetzt würdest du höchstwahrscheinlich dann auf die Luftabwehr als nächstes gehen, weil die dann wieder ein bisschen dichter dran ist. Und wenn du äußerstes Glück hast, geht sie sogar gleich noch aufs Dunkle. Gut, hier einwandfrei. Damit hat der sich jetzt ein Ei gelegt. Auf jeden Fall. Weil er halt die Teslas drin hat. Somit zieht's die Queen direkt rein. Aber, das wird jetzt tricky, weil wir haben zweimal Tesla, Einzelschaden, zweimal, plus ein Bogieturm. Das hält die nicht durch. Nicht lange. So, du hast hier den Rage. Glück gehabt. So, sobald der Rage weg wäre. Du hast richtig, richtig Schwein gehabt. Hast auch den Gift gut verwendet. Einwandfrei. Sehr gut gemacht. Aber wirklich echt ohne Scheiß. Du hattest echt Glück. Weil, ähm, der war halt auch Maxed 9. Das ist halt echt eine schwierige Kiste. Und bitte, bitte, bitte nicht vergessen. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich sag mal, wenn man jetzt Bartsch macht oder sowas. Wenn da was nicht läuft, naja, okay, oh, nicht weiter schlimm. So. Wenn dir die Queen down geht, ist diese gesamte Sache für den Popo. Also, deswegen muss man da echt beisammen sein. Man muss wirklich, und ich würde auch ganz ehrlich, nicht mit einem Rage. Nicht mit einem Rage. Mit einem Rage greife ich nicht so eine Base an. Echt nicht. Toll, dass es gelaufen ist. Grundsätzlich auch nicht irgendwie viel Fehler. Aber echt wirklich auch wirklich viel Glück gehabt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das hätte ganz anders ausgehen können. Und 17 Mauerbrecher. Ich, ich mach so immer 15. Wenn du sagst, okay, 17 brauche ich. Spam die aber nicht alle auf einmal so raus. Das ist mein Tipp an dich. Ansonsten, wie gesagt, echt, echt viel, viel, viel Glück gehabt. Wirklich. Viel Glück. 450k denkt man ja auch, hm, ja okay. Aber natürlich mit den paar Troops. Das ist natürlich dann eine Message. Das ist dann wieder so im Bereich, wo man sagt, gut, okay, Kosten nutzen. Ich meine ganz ehrlich, damit läuft er mir natürlich jetzt mit meinen Drachen total den Rang ab. Brauchen wir nicht drüber reden. Überleg mal, was er für Loot zieht. Und was hat er ausgegeben? Er hat nichts ausgegeben. Das ist schon echt ziemlich nice. Ganz klare Geschichte. Und dann auch gar nicht mehr die Kobis setzen. Äh, ah ja, oh, ich hab die, ganz ehrlich, ich muss sagen, ich hab die Lager nicht, ich hab die Lager komplett ausgeblendet. Einwandfrei gemacht. Lass dich überraschen, ist mehr als eine Mille. Viel Spaß damit. Läuft. Martin, auf jeden Fall läuft. Okay, du clearst erstmal. Hm. Ich meine, du hast hier nichts zu befürchten, klar. Äh, ne, ich seh's gerade. Der hat ja, der hat ja eine Kanone. Ja gut, okay. Äh, läuft natürlich übel bei ihm. Äh, klar. Da brauchen wir nicht weiter darüber diskutieren. Äh, ich, wie gesagt, ich hab alles an und rausgeblendet. Ich dachte mir, hm, ja, wie kommt man da hin? Und jetzt seh ich, ah, eine Kanone. Ja gut. Dann braucht man da auch über den Jump nicht diskutieren. Das ist, glaub ich, auch klar. Aber es wäre natürlich übel gewesen, wenn hier schön, äh, äh, gemäxte Teslas auf 7. Hm, nett. Und gemäxte Teslas für Rathaus, äh, 9. Verstehenbar, oder? Glaube ich, sollte klar sein. Ja, ist natürlich, das ist natürlich der Wunsch. Loot auf jeden Fall. Äh, das sind einfach mal, ja, wirklich knapp 1,4 Millionen. King Walk, kein Loot Raid. Also nur beachten, wenn ihr King Walk, ja, wollen wir sehen. Wollen wir sehen. Wenn er gut durchgeführt ist. Klar, die Luftabwehr weggeballert. Ja, klar, ich meine, du hattest ein Bye. Du hattest ein Bye. Ganz klare Geschichte. Und, äh, du hast dir gesagt, gut, okay, komm, probieren wir mal. Du hast auch die Mauerbrecher dabei. Weil, somit würde der King nicht einfach so gegen eine Wand rennen. Da bin ich jetzt echt gespannt. Zack, Mauer ist, ah, schade. Ich hätte gedacht, die Mauer wäre, ja, da dann, ja, ich kenne diese Trotzreaktion. Äh, jetzt, jetzt spamme ich die Dinger, bis die Mauer kaputt geht. Kenne ich. Bringt leider gar nichts. Aber ich, mach ich genauso. Und das schreibe ich dir immer wieder. Man muss dabei auch beachten, ist leider echt so, der King ist wirklich echt, fuu, King schwer zu heilen. Also, das geht bei der Queen irgendwie leichter. Weil ich, ich weiß auch nicht, warum. Kann ich nicht sagen, wieso. Aber es ist einfach so. Also, den King echt, wenn du fünf Heiler auf den King droppst, ist der trotzdem scheiße schnell down. Ich weiß auch nicht. Zumal, ich kann ja wirklich aus Erfahrung sagen, ich habe sogar noch einen höheren King als die Queen. Ich bin da auch nicht so ein Freund von. So. Wie gesagt, für den King oder Queen Walk ist natürlich auch immer wichtig, dann einen Rage dabei zu haben, um die Heiler zu ragen. Wichtig dabei ist auch noch, wir haben die Heiler erst auf zwei. Das ist klar, dass die nicht so rausballern wie die Max-Teiler. Klar. Logisch. So, jetzt wäre natürlich... Oh, aber, aber ganz ehrlich, ich glaube, der wird nicht so übel kassieren. Weil, jetzt ist hier nur noch Fläche. Und das sind drei Minenwerfer, da lacht der drüber. Jetzt wird der aber höchstwahrscheinlich wieder auf den Minenwerfer gehen, ganz genau. Dann kassiert der den Minenwerfer. Und dann geht der rein. Also, ich denke mal, so schlecht läuft das doch nicht für dich, oder? Wie gesagt, mega interessant. Also, finde ich sehr, sehr gut, dass du das geschrieben hast, ey, hier, King Walk. Und vollkommen richtig. Dann kann man entscheiden, will man es gucken, will man nicht gucken, fertig. Also, jetzt mal ganz ohne Witz. Also, ich meine, das lief doch. Ich meine, ganz ehrlich, dafür musst du dich nicht schämen. Es ist ein Versuch wert gewesen, auf jeden Fall. Und jetzt sehen wir hier, was der King halt aushält. Weil es halt wirklich nur Flächenschaden ist. So, hier haben wir zwar Einzeldamage, da haben wir Einzeldamage, aber das war doch okay. Ganz ehrlich, vielen Dank, dass du ihn geteilt hast. War, in meinen Augen, war es ein guter Angriff. Also, klar wäre es cool gewesen, wenn du das noch gehabt hättest. Ja. Aber war nice. War okay. Musst du dich absolut nicht verstecken. Der Aufnahmetag hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich merke, mein LX wird echt weniger. Und der Boost ist vorbei. Oh, das ist natürlich unschön. Das ist natürlich richtig unschön. Dann müssen wir hier noch ein bisschen warten. Weil ich will dann halt wirklich wieder zehn Drachen am Start haben. Genau. Der Gerät hat verteidigt. Da sind wir gespannt. Wir haben neun Zweierdrachen. Und du warst gerade in deiner aktiven Phase. Du hast halt gerade die Kaseanen geboostet. Das heißt, wird für dich eventuell die Zwangs-Dev gewesen sein. Und da muss ich dir vollkommen recht geben. Warum greift er dich an? Also klar, dann kann es nur wegen dem Dunklen sein. Und da hat er garantiert ordentlich kassiert. Alter, ist das ärgerlich für ihn. Ich meine, jetzt geht deine Luftabwehr garantiert down. Klar. Dafür sind dann halt die Loons wirklich zu heftig. So, und ich denke auch, dass du das Dunkle verlieren wirst. Das Dunkle wirst du verlieren wegen dem Drache hier. Denke ich. Obwohl, die Luftabwehr ist da noch. Alter, ziehst du den echt ab? Alter, bist du böse. Alter, bist du böse. Ja, auf jeden Fall. Das, Alter, der wird sich richtig geärgert haben. Auf jeden Fall. Und dann geht der sogar nicht mal aufs Rathaus. Das heißt, du hast nicht mal wirklich Pokis verloren. Was ja auch egal ist, auf Silber 2, beziehungsweise Silber 3. Alter, das ist hart für den Gegner. Auf jeden Fall. Weil der hat natürlich fest mit den 1,3k gerechnet. Klar. Loot mit Lazy. Gucken wir mal. Ja, auf jeden Fall. Ja. Boah, ich muss gerade echt mal schauen. Hm, okay. Interessante Kiste. Und dann hier halt, genau. Richtig. Wo bleiben die Riesen? Ah, okay. Da fängst du an. Du hättest die jeweils aber auch schon immer mal 2 so droppen können, wa? Hätte ich jetzt mal so gesagt. Aber noch hast du ja auch einiges an Potenzial. Ja, nice. Also wie gesagt, das Innere kriegst du nicht. Aber wenn du halt die ganzen Minen und Sammler abziehst, dann ist das schon einiges. Auf jeden Fall. Ja, geil. Schön, dass du dir noch ans Dunkle denkst. Das ist ja immer so. Usuar denkt ja immer schön ans Dunkle. Du hast deinen King noch. Nimm den. Du hast den King. Ah, schade. Ich meine, es ist nur ein 2er King, aber besser als nichts auf jeden Fall. Keep Calm. Gehen wir rein. Und dann passt das. Dann holen wir uns nämlich auch gleich nochmal unsere Truppen. So, jetzt haben wir uns noch um die CB gekümmert. Jetzt können wir uns noch ein bisschen ins Getümmel stürzen. Den nehmen wir auch gleich. Den nehmen wir gleich, zumal wir hier die Luftabwehr killen können. Und dann nur noch eine weitere in der Mitte haben, die wir eventuell gar nicht so krass brauchen, beziehungsweise die wir nicht so angreifen werden, die uns nicht im Bereich liegt, sage ich mal. 1, 2, 3, 4 mache ich jetzt mal. 1, 2, 3. Und das sollte, denke ich mal, passen. Dann haben wir, denke ich, genug hier. Und guckt mal, das ist noch gerade so außerhalb des Bereiches der Luftabwehr. Von daher hätten auch weniger Drachen ausgereicht. Klar, aber, ja, jetzt habe ich gelabert und jetzt ist mir der King noch down gegangen, ohne dass ich ihn geraged habe. Aber dafür haue ich jetzt auch die Rage Spells nicht raus, weil das würde sich dann halt auch nicht lohnen, klar. Ja, sieht nach ziemlich Overkill aus. Aber, na, obwohl, na, wenn die sich mit dem Rathaus erst beschäftigen, das muss nicht mal ein übelster Overkill werden. Aber 3 jetzt auf dem Rathaus, dann sollte das Rathaus auch schnell down gehen. Und dann die Luftabwehr. Na, wird noch eine knappe Kiste hier. Wird noch eine knappe Kiste. Nee, dafür reicht es nicht. Bloß, wie gesagt, Rage. Warum? Warum Rage? Wäre jetzt Quatsch. So. Nee, passt doch. Ist doch nett. Ist doch nett. Gucken wir mal, ob wir vielleicht noch das dunkle kriegen. Nee, nee, nee. Okay, da, äh, tackelt das ja noch an. Aber war, war in Ordnung, passte. Jetzt haben wir 2,3k, äh, 2,3 Millionen. Und dann muss ich aber echt sagen, jetzt zählen wir nochmal kurz zusammen, was wir so im Boost reißen konnten. Ähm, einfach, dass ich das auch nochmal verinnerliche, wie, wie das halt lief. Und, dass man das einfach Revue passieren lassen kann, ob das halt passt oder nicht. So, 15 Stunden. Hier, genau. Einwandfrei, der Loot war richtig nice. Und hier auch 1,6k. Bin ich bei 2k. 2, 2, 2, 4, 3, 4, 3, 5. Naja, ist im dunklen Bereich nicht wirklich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann haben wir hier 300, 500, 600, 700, äh, 900, 1, 1. Ja, doch, 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 etwas über eine Mille. Also, ganz easy peasy aufs, äh, Alex ist fast gleich geblieben, kann ich sagen. Das war ganz nice. Also, das war doch eine nette Runde. Und, wie gesagt, halt eben nicht nur Standard Farming und fertig. Ne, so. Ja, es wird nicht gestreamt, beziehungsweise es wurde nicht gestreamt. Ihr werdet es ja dann schon gesehen haben. Oder in dem Fall nicht. Ja, weil ich das erst mal, wie gesagt, mit Camcord nochmal alles in trockene Tücher bringen will. Ich habe jetzt wirklich, äh, mehrere Anläufe halt gehabt. Hab halt die Streams gemacht. Und will halt jetzt einfach mal eine Antwort von Camcord abwarten, wie das halt bei denen weiter geht. Wie gesagt, vielleicht kann ich euch im nächsten Video dann sogar schon sagen, ja, hier läuft so und so und so. Aber es ist halt einfach so, wenn das halt, äh, von der finanziellen Seite noch nicht geklärt ist, will ich die Zeit halt auch irgendwo dann doch wieder mehr in die Videos stecken. Und, dass ich halt wirklich sagen kann, gut, okay, komm, für die Bearbeitung der Videos nehme ich mir halt noch was mehr Zeit. Dieses extra an Zeit braucht man halt irgendwo. Ansonsten ist natürlich ein Stream geil. Ganz klare Geschichte. Kann man viele Sachen machen, die man so im normalen Video nicht bringen kann. Von, äh, Musik alleine schon abgesehen. Das ist schon mal eine geile Nummer. Und halt eben wirklich dieses Live-Reacten. Aber, wie gesagt, muss halt irgendwo, ganz ehrlich, müsst ihr mich irgendwo verstehen, muss halt irgendwo honoriert werden. Und wenn das halt nicht der Fall ist, ja, dann muss ich halt gucken, wie ich das irgendwie anders mache. Beziehungsweise, dass ich dann halt eben wirklich wieder mehr Zeit in die Videos investiere. Fertig. So, 2,3 Millionen. Schade, 2,5 wären das gewesen hier. Aber wir hätten hier noch 1,6 mit, äh, mit der Kanone. Und die sind, glaube ich, 2,1, richtig? Genau. Dann würde ich, glaube ich, die Luftabwehr noch machen. Weil das wäre die letzte, die noch auf 6 muss. Und dann bin ich damit, glaube ich, am besten bedient. Weil Tesla-mäßig bin ich komplett durch. Äh, Minenwerfer bin ich durch. Magiatürme bin ich durch. Dann kommen nur noch wirklich... Also, mir gefällt die Aufteilung auch wirklich mega gut. Also, wirklich, dass ich sagen kann, ey, ich habe nichts jetzt, wer weiß, wie vernachlässigt, wie am Anfang, wo ich die Boogie-Türme dann irgendwie auf Level 8 hatte im Rathaus 9er-Bereich. Und jetzt hier, so wie sich das gehört, sind sie einfach mal auf 10. So wollen wir das natürlich sehen. Ganz klare Kiste. Nö, dann hauen wir die jetzt noch an. Schubsen wir die mal durch. Zack. Und dann läuft die ihre 8 Tage. Und dann ist das alles in Ordnung. Ich denke mal, es war ein sehr guter Tag für die gesamten Aufnahmen. Und das lief ganz gut. Ich schneide jetzt wie ein Verrückter die nächsten 4 Stunden oder sowas. Und das war's. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.